Die Fahrt war glücklich und man landete an einer kleinen, unbewohnten Insel, um süßes Wasser aufzunehmen. Alles Schiffsvolk stieg an das Land. Auch Peter. Er ging durch ein anmutiges Tal und verlor sich hinter einigen Hügeln immer mehr in Träumen, schlief endlich unter Blumen ein und es war ihm im Traum, als wenn er den Namen Magellone rufen hörte. Aber der Wind blies indes lustig und das Schiffsvolk eilte wieder in das Schiff, um abzufahren. Nur Peter blieb aus. Man rief ihn. Aber da er nicht kam, fuhren die übrigen fort. Peter erwachte aus seinem Schlaf. Er erschrak, eilte an das Ufer. Aber niemand war da und das Schiff nirgends zu sehen. Alle seine Hoffnungen waren wieder verschwunden. Er stürzte nieder und lag am Ufer des Meeres ohne Besinnung. Fischer fanden den jungen Mann, der wie tot auf der Erde ausgestreckt lag. Sie luden ihn in ihr kleines Schiff, um ihn ins Leben zurückzubringen. Unterwegs erwachte Peter, wie er vernahm, dass zwei fremde Männer miteinander verabredeten, wie sie ihn zu einem alten Schäfer bringen wollten, der ihn pflegen würde. Er gab den guten Fischern eine Menge Goldes und ließ sich den Weg nach der Hütte des Schäfers beschreiben. Vor der Tür saß ein schlankes, schönes Mädchen, zu dessen Füßen ein Lamm im Gras spielte. Peter fühlte sich wie von einer lieblichen Gewalt hingezogen. Die Schäferin nahm ihn freundlich auf und ließ ihn in der Hütte ausruhen und sich erquicken. Magellone hatte auf den ersten Blick ihren Ritter erkannt. Alle ihre Sorgen waren wie Schnee vor der Frühlingssonne hinweggeschmolzen. Doch sie gab sich nicht zu erkennen. Nach zwei Tagen war Peter wieder ganz zu Kräften gekommen. Er saß mit Magellone, ohne dass er sie kannte, vor der Tür der Hütte. Bienen und Schmetterlinge schwärmten um sie. Und Peter erzählte ihr sein ganzes Unglück. Plötzlich stand Magellone auf, löste ihre goldenen Locken und zog ihre vornehme Kleidung an, die sie eingeschlossen hielt, und so kam sie wieder vor die Augen Peters. Er war vor Erstaunen außer sich, umarmte die wiedergefundene Geliebte. Sie weinten und küßten sich, so dass man hätte ungewiss sein können, ob sie vor Jammer oder über großer Freude so herzzerbrechend schluchzten. So verging ihnen der ganze Tag. Dann reiste Peter mit Magellone zu seinen Eltern. Sie wurden vermählt und alles war in der größten Freude. Auf dem Ort, wo Peter seine Magellone wiedergefunden hatte, pflanzte er mit seiner jungen Frau einen Baum. Dann sangen sie folgendes Lied, welches sie später auf derselben Stelle in jedem Frühjahr wiederholten. St und ein